Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt im Raum, Kater, Jörgert, Krebs und Puckdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Verschütze! Das hier ist Wagen! Sie bleiben befehlst du in der Zeit! Die Niederhafen verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger Treue oder Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten die für Sie verbrüchen... Nichts als Feiglinge! Verreicher, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmolst des deutschen Falsches! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man bester Gabel hält! Jahrelang hat das Militärme der Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden nur als bestiger Widerstand in den Weg geleckt! Es hat der Kump daran getan, von jahrelen alle hohen Offiziere nicht geteilt zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie, und doch habe ich allein, allein aus München das Geld, ganz Europa erobert! Verrater! Von allem Anfang an, bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat gelübt am deutschen Volk! Aber alle dieser Verrater werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Alle Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Trick ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deshalb Berlin verlasse, dürfen Sie sich gewaltig! Eher jacke ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen!